Hallo meine Lieben und willkommen in einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich mache ein Fan-Treffen! Und zwar diesen Donnerstag, 24. August, hier im Stadtpark Wien. Ihr seht jetzt im Hintergrund die U4. Ihr müsst einfach U4, Stadtpark, und da rausgehen, wo die Lifte sind. Genau hier werde ich nämlich sein. Auf diesem Platz hier. Und warum ich hier bin, ist auch ganz einfach. Ich komme nämlich mit meinem zweiten E-Rolli. Mit meinem alten E-Rolli. Die Batterien sind kaputt. Die Motoren sind nicht mehr die besten. Aber er fährt noch. Und deswegen bringe ich ihn mit, damit ihr mal ein E-Rolli testen könnt. Natürlich können wir Fotos machen, und quatschen. Und ihr könnt mir alles fragen. Aber ihr könnt eben auch die Rolli testen. Wenn ihr das wollt. Darum bin ich hier am Donnerstag. Ab 18 Uhr werde ich hier sein. Ab 18 bis 19.30 Uhr werde ich hier sein. Im Stadtpark in Wien. Bei der U4-Station Stadtpark. Einfach da rauf gehen, wo der Lift ist. Und ich werde direkt hier sein. Hier gegenüber ist der große Spielplatz. Und genau auf diesem Bereich hier. Den man hier so sieht. Genau hier werde ich sein. Mit meinem E-Rolli. Und ihr könnt dann eine Runde drehen. Ich hoffe, das taugt euch. Ich hoffe, dass ein paar Leute vorbeikommen. Und ja, das war's eigentlich. Danke, und wir sehen uns hoffentlich Donnerstag. 18 Uhr, Stadtpark, hier in Wien. Gut, bis bald.